...abgetreuer Nachbau. Jedes Detail ist am Originalen abgepumpert. Ein Volumen von circa 4000 Liter schadet es, dieses Gerät flugfähig zu machen. Der 1er BFD bleibt hier bei uns in der Halle 6. Der 2er BF-Schneid. Die Entwicklung ist nicht aufzuhalten. Die Technik kennt keine Grenzen. Der 1er-BMW präsentiert vom Team der Effektechnik Rainer und Günter Huckauer. Der 1er-BMW-Ausdruck. Dankeschön, Jungs.